Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Ihr könnt es sehen. Wir sind heute Tri-Fahren, beziehungsweise ich bin das allererste Mal Tri-Fahren. Und zwar mit dem Matten hier, der Profi schlechthin. Er wird uns heute ein bisschen zeigen, wie Tri-Fahren funktioniert, was man da alles Schönes machen kann. Wir haben uns jetzt gerade schon auf der Wiese warm gefahren und werden jetzt hier ein bisschen den Hang hochdüsen. Ja, in Anführungszeichen düsen. Natürlich erstmal nur langsam im ersten Gang mit Kupplung und dem ganzen Kram. Wie ihr sehen könnt, ein Tri-Fahren hat keine Sitzbank. Super interessant. Das heißt, man muss die ganze Zeit stehen. Und ich habe jetzt schon super, super viel gelernt, habe auch schon ein bisschen geschwitzt. Ich bin gespannt, was kommt. Und ja, euch nehme ich natürlich einfach mit. Und ich bin gespannt, was der gute Matten uns heute noch zeigen wird. Deswegen satteln wir mal auf. Ihr seht schon, hier sind so Hütchen, die sind abgesteckt. Janos ist übrigens auch dabei. Sören auch. Und Annika kommt da gerade runter. Ah, wirklich ein wunderschöner Sonntag heute. Ich könnte mich echt dran gewöhnen, an dieses Tri-Fahren. Ihr habt hier so einen Gurt. Das heißt, wenn ihr stürzt, dann zieht sich dieser Pinöpel raus. Und die Maschine geht dann aus. Das dient eben der Sicherheit. Habe ich so auch noch nicht gesehen, aber ist eigentlich ganz cool. Das ist so ein krasses Gefühl. Heftig. Was halt wirklich insane ist, ist das Gewicht von der Maschine. Das teilt es so leicht. Einmal hier rum. Aber ich fühle mich ganz gut. Da muss ich einmal kurz absetzen. Alter Schwede, überall. Schaut euch das an. Überall fahren hier Leute auf den Trials rum. Das sind alles Leute aus unserer Gruppe. Da hinten ist auch noch ein Instruktor. Oben mit dem Neon Gelb an. Es ist so cool. Auch mega, mega anstrengend. Also die Technik eine ganz andere. Ich habe vorhin schon von Matten gehört, dass man eben eine bestimmte Position hier haben muss. Und zwar mit den Füßen hier. Ungefähr auf der Position. Ein bisschen weiter außerhalb von der Raste. So dass man hier quasi das Gelenk sieht. Also nicht in der Mitte, nicht vorne. Sondern quasi hier ungefähr das Stück. Und dann die Ferse ordentlich nach unten. Damit man nicht so zappelig ist auf dem Motorrad. Ganz leicht die Vorderradbremse. So einmal geht noch. So langsam komme ich rein Leute. Einmal rüber. Okay. Ohne Kupplung. Es ist Wahnsinn Freunde. Dieses Gefühl ist unfassbar. Die Hinterradbremse ist auch insane. Also wenn ihr die einmal nur kurz antippt. Ich schwöre es euch, die packt so krass. One more try. Vielleicht kriegen wir den engen Kurs jetzt hier hin. Yes. Enge Kurve bekommen. Geil. Okay. Annika mal eben hochlassen. Sehr geil. Yes. Ohne Absetzen. Geil Annika. Echt. Annika ist wirklich ein Multitalent. Das gibt es gar nicht. Ey, du machst das so gut. Wirklich. High five. Denk dran, du fährst sehr, sehr langsam. Das heißt, wenn du hinfliegst, du hast jetzt auch komplette Protektoren an. Du landest in der Regel immer weich. Geschwindigkeit ist immer das, was weh tut. Aber wir fahren hier ganz langsam im ersten Gang. Das heißt, im Grunde genommen, selbst wenn du dich hinlegst, kann nicht viel passieren. Keep that in mind. Ach so, an der Stelle muss man auch Janos mal danken. Denn er hat natürlich wieder Papa Janos hat das Ganze hier angeleitet. Hat gesagt, Jungs, wie wäre es denn mal, wenn wir Trial fahren gehen? Und dann haben wir kurzerhand hier die Trial-Schule mal gebucht. Kostet auch ein bisschen was. Ich glaube, 120 Euro. Aber das geht total klar. Also richtig geiler Kurs. Und Matten ist ein richtiger Experte. Er fährt seit weit über, ich glaube, über 25 oder sogar über 30 Jahre fährt er jetzt Trial. Also wirklich super viel Erfahrung. Ist schon Meisterschaften mitgefahren. Ein absoluter Crack. Denke, er wird uns nachher auch noch ein bisschen was zeigen. Und Matten hat gerade erzählt, dass Trial fahren von Tryout oder Trial eben kommt. Also Versuch es. Eigentlich ganz interessant, weil irgendwie geht man ständig neue Herausforderungen ein. Und eben Sachen, die man einfach versucht, wo man nicht weiß, wie die eben am Ende ausgehen. Ey, Sören macht das richtig gut. Schaut euch das mal an. Guck mal hier. Sehr souverän. Jetzt der Hang, der ist ein bisschen tricky. Schauen wir mal. Aha, aha, aha. Mega. Zum Glück hat mein Trial hier einen kleinen Ständer. Dann kann ich das immer bequem abstellen. Sehr, sehr geil. So, Freunde. Nächste Passage. Sören ist ready. Annika ist ready. Wir fahren jetzt hier einmal quer hoch und dann da, wo Janos gerade runterfährt, wieder runter. Dann da, nicht über diese Röhre komplett drüber, sondern quasi genau, ja, noch so ein bisschen weiter rechts. Ich bin gespannt, wie wir uns schlagen. Gerade hat es auf jeden Fall schon gut geklappt und es macht so Spaß. Ich bin nass geschwitzt von oben bis unten. Aber ich habe den Spaß meines Lebens. Also, ich ärgere mich gerade ein bisschen, um ehrlich zu sein, dass ich nicht schon früher angefangen habe mit dem Trial fahren. Okay, jetzt wieder runter. Keine Kupplung, leicht bremsen. Genau. Bremst du hinten oder vorne leicht? Vorne auf jeden Fall. Ja. Die ist sehr aggressiv, die Bremse hinten, muss man sagen. So, leicht runterrollen lassen. Zack. Easy game. Jetzt hier eine schöne Wende. Einmal rum. Und hier hoch. Ich glaube, da ist das Vorderrad ein bisschen hochgekommen. Geil. Ei, 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 ei. Das ist unfassbar. Also, ihr müsst euch überlegen. Die Teile hier sehen zwar klein aus, aber die haben teilweise 300 oder 400 Kubik. Also, wirklich insane. Und halt Drehmoment ohne Ende, damit man überall raufkommt. Ja, oder? Mega cool. Also, Matten macht das echt richtig nice, muss ich sagen. Macht extrem Spaß. Und man merkt auch, dass er das Trial fahren lebt. Kann ich wirklich bis jetzt nur empfehlen. Absolut sympathischer Kerl. So, jetzt schön langsam rauf. Easy game, easy gamer. Ich muss sagen, die Passage finde ich fast noch einfacher als die vorhin. So langsam fühle ich mich auch wohl hier auf der Maschine. Ist halt gewöhnungsbedürftig, wenn ihr die ganze Zeit stehen müsst und nicht sitzen könnt. Aber dadurch, dass das Fahrzeug, ich glaube, knapp 70, Matten 70 Kilo wiegt die, oder? Vollgetankt. Unfassbar. Also, wirklich ein Leichtgewicht. Wie ein Fahrrad mit einem dicken Motor, oder? Jetzt hier wieder runter. Leicht rollen lassen. Keine Kupplung. Zack. Und schon wieder unten. Gewicht nach außen. Schöne Wände. Und rauf. Ah, mega. Mega. So, wir gucken mal, wie Janos, beziehungsweise wie Sören hier hochfällt. Das interessiert mich nämlich auch. Jetzt macht er hier die Wände. Also, wie ihr sehen könnt, man muss sehr, sehr viel balancieren. Macht er aber echt gut. Und dann jetzt da den Hang hoch. Zack. Richtig schön mit Schwung. Ganz locker flockig. Und das lassen wir ihn mal kurz vorfahren. Jetzt könnt ihr das mal aus meiner Perspektive sehen. sehen, wie das aussieht, wenn man hier hochfährt. Also, Sören ist den rechten Weg gefahren. Ich bin den linken Weg gefahren. Jetzt wieder rollen lassen. Leicht bremsen. Gewicht nach außen. Das macht so Spaß, Leute. Ich glaube, ich nehme das Teil hier mit nach Hause. Oh, jetzt. Jetzt will es Janos wissen. Was lässt du rauf? Okay. Go for it. Geil. Ich glaube, irgendwo hier vorne, wo wir dann so einen kleinen Trial Wheelie machen sollen. Und mit diesem Trial Wheelie fahren wir dann eben diese Stufe hoch. Bin gespannt, ob das gut funktioniert. Wird wahrscheinlich nochmal was ganz anderes sein als auf einer normalen Enduro, beziehungsweise auf einer Supermoto. Ich weiß nicht, ob ich ready bin, aber ich versuche das jetzt einfach. Ich versuche jetzt einfach, diese Stufe da hochzufahren. Janos macht es mir eben vor. Zack, zack. Sieht leicht aus. Ist es aber wahrscheinlich nicht. Wow, yes. Easy. Geil. Also wirklich, wenn ich eins beim Trial fahren jetzt erlebt habe, dann, dass ihr die ganze Zeit Erfolgserlebnisse verspürt. Egal wo, egal bei welcher Passage, weil alles neu ist. So viele Disziplinen, so viele Dinge, die man machen kann. Sören jetzt. Ja, auch sehr souverän. Sehr souverän. Denn Annika, du traust dich auch. Also egal was, ob Stufen, ob Hänge, ständig habt ihr neue Sachen. Und wenn ihr diese Disziplin, diese kleine Challenge dann wirklich meistert, boah, ist das ein Erfolgserlebnis. Also ich habe die ganze Zeit Dopaminausstoß. Ach, Janos. Janos ist immer wirklich die Ruhe in Person. Also wenn ihr ihn euch anschaut, er ist nie aus der Ruhe zu bringen. Egal was passiert, ob seine Karre durch die Luft fliegt oder er mit dem Trial hier über die Hügel springt, er ist immer gelassen und immer ruhig. Ja. Papa Janos, liebe Grüße gehen raus, wenn du das Video hier siehst. Du bist ein geiler Typ. Jetzt. Oh! Ui, 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 ui. Oh, weia. Sie hat die Annika gemacht. Geil, Annika. Der Schweiß läuft mir schon in die Augen rein. Ich habe es leider nicht komplett drauf, wie Annika weggeflogen ist. Aber das sah wirklich spektakulär aus. So, versuchen wir es nochmal. Yes! Geil! Ey, das macht so Spaß, Leute. Ich kann auch gefühlt diese Stufe richtig anvisieren. Yes! Ey, das macht so Spaß. Das ist so geil. Soll ich mal in der Mitte versuchen? Ja? Okay. So, ein bisschen steiler. Ja. Das war der Backflip-Modus. Ja, das war der Backflip-Modus. Okay, nochmal. Yes! Ohne Füße runter. Ja! Stufe erfolgreich überstanden. Bis gleich. So, Freunde. Nächste Challenge. Wir haben hier ein paar Baumstämme. Wir haben ein paar Beton-Hindernisse. Janos fällt hier gerade schon drüber. Das werde ich gleich auch machen. Dann fahren wir da hoch. Zack, 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 zack. Er fällt eine engere Passage. Wir fahren eins weiter. Dann oben rauf. Und dann eben da. Klack, 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 klack. Die vier Dinger runter. Und dann, ja, schauen wir mal, was das Ganze gibt. Annika, du bist ready? Das sah jetzt nicht so überzeugt aus. Aber ich glaube, Annika schlägt sich heute echt extrem gut. Bin mal gespannt, ob sie die Sektion hier auch probiert. Puh! Okay, Baumstämme schon mal geschafft. War ein bisschen holprig, aber es ging. Boah, jetzt souverän hier oben hoch. Alter Schwede. So, jetzt einmal hier außen. Und dann über die Beton-Hindernisse. Oh Gott. Boah! Junge, Junge, Junge. Okay, also das war schon ein bisschen scary gerade. Ich fand den Baumstamm wirklich viel einfacher, als da die kleinen Beton-Dinger. Weil ihr müsst euch überlegen, da, wo das Vorderrad runtergeht, geht eben auch das Hinterrad runter. Also so sind die eben im Abstand da hingestellt. So, Sören. Fährt hier auch über den Baumstamm. Mal sehen, wie er sich schlägt. Eins, zwei, drei. Ja, sehr souverän. Wuh! Nice. So, nochmal die Passage. Die ist wirklich scary, Freunde. Ich finde die wirklich richtig scary. Okay. Janos spürt es auf jeden Fall schon. Er ist richtig im Try-Modus. Okay. Geil, Mann. Okay, Freunde. Ich glaube, als nächstes kommt irgendwie die Röhre. Wir sehen uns bei der nächsten Sektion. Bis gleich. So, Freunde. Letzte Disziplin hier vor der Mittagspause. Und zwar die Röhre. Ja. Sieht hoch aus. Ist es auch. Zumindest für uns Amateure. Janos will hier schon den ersten Versuch wagen. Zack. Ballert da direkt hoch. Man muss sagen, Janos ist wirklich ein verdammt guter Fahrer. Ja. Und ja. Ich würde sagen, let's go. So. Diesmal mache ich meine Sicherung wieder dran. Ich habe gerade versucht, das Teil anzukicken. Und die Sicherung war nicht dran. Ich habe mich gewundert, warum mein Motor nicht startet. Weisheiten mit David. Bisschen nervös bin ich jetzt schon. Also wie ihr sehen könnt, das sind bestimmt, würde sagen, anderthalb Meter. Okay. Zweiter Gang. Das ist unser Absprungbrett. Wenn man so möchte. Also unten die zwei kleinen Steine. Und dann mit Gas hoch. Und dann sachte nach oben. Okay. Bisschen tief. Bisschen höher. Ja. Puh. Okay. Also erster Versuch. War gar nicht so scary wie gedacht. Aber es geht besser. Okay. Ja. Nach vorne. Okay. Geil. Ist unfassbar. Wenn man davor steht, sieht es so hoch aus. Aber wenn man dann einfach macht. Yes. Woo. Yeah. Geil. Woo. Yes. 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 Ist das geil. Ist das geil. So, Freunde. Wir sind jetzt fertig. Mein GoPro Akku war am Ende. Wir haben richtig, richtig, richtig geile Sachen schon hinter uns. Sören. Wie findest du Tribevan? Du bist ja auch das allererste Mal hier, oder? So geil. Guck mal. Man sieht es richtig so an den Finger an. Hier. Ich habe sogar eine Blase. Wie geil. Das ist das erste Mal, dass ich mich über eine Blase freue. Mega. Also wir haben richtig, richtig, richtig viel probiert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir alles schaffen. Teilweise sind wir über die Riesenröhren da gefahren. Das habt ihr jetzt zum Schluss gesehen. Das war wirklich insane. Annika hat sich auch gut geschlagen. Die hat es am Ende auch probiert. Das hat sie auch noch Kamera. Leider ich nicht mehr, weil da mein Akku leer war. Aber es ist wirklich geil. Das kann man eigentlich nur jedem empfehlen. Also ich glaube gerade so, also es ist egal, was du fährst. Off-Cross, Enduro, Rennstrecke, Straße. Es bringt einem extrem viel. In brenzlichen Situationen das Motorrad in Schrittgeschwindigkeit zu kontrollieren. In Schrittgeschwindigkeit um Hütchen. Stabilisation, ein Gefühl fürs Vorderrad. Wann hebt das ab? Das Vorderrad, das Hinterrad, die Bremsen, dass man stark bergab bremst, aber dass es nicht blockiert. Es bringt extrem viel, glaube ich. Und wenn wir nach dem Tag hier heute fertig sind, dann wird sich das auch bemerkbar machen beim Endurofahren. Bin ich mir sicher. Da bin ich gespannt. Weil wir sind über die Wagenstelle einfach rüber. Und jetzt haben wir die Technik, das hast du ja wahrscheinlich im Video drin, dass man kurz anlupft, an den Gegenstand hochfährt und das Hinterrad mit rüber zieht. Und das bringt einfach so viel Sicherheit und Stabilität mit rein. Und ich muss ehrlich sagen, es macht auch einfach richtig Bock. Vor allem, wir sind ja jetzt hier, wir haben nicht die Bikes mitgebracht. Wir haben nur Kleidung, aber selbst das kann man hier ausleihen. Helme und so weiter. Und es kostet nicht viel. Deswegen, wenn ihr mal irgendwo Bock auf sowas habt, guckt mal, ob ihr in der Nähe irgendwo einen Trial-Kurs macht. Ist richtig geil. Aber durch Corona jetzt wahrscheinlich müsst ihr eure eigenen Sachen mitbringen. Ach so. Das ist auch in der Fahrschule so. Ja, stimmt. Okay, es kann sein. Deswegen dran denken jetzt erstmal. Wir haben jetzt pro Person 120 Euro gezahlt. Und wir sind jetzt schon, ich glaube, drei Stunden oder so dran. 10 Uhr, waren wir verabredet hier. Ich bin leider ein bisschen zu spät gekommen. Sorry for that an der Stelle, ja. Aber wir sind jetzt schon mehrere Stunden hier dran. Mittagspause jetzt. Und wir dürfen jetzt noch länger. Er meinte, wir dürfen, bis wir kaputt sind. Genau. Aber er meint so, irgendwann um 15 Uhr, dann kannst du nicht mehr die Kupplung greifen. Und das glaube ich auch. Also ich bin schon gut fertig, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe noch ein bisschen Energie. Bin zwar am Schwitzen. Ich glaube aber dann um 15, 16 Uhr sind die Hände überseht mit Blasen. Was ich gerade noch sagen wollte zu dem Statement von Sörn, beziehungsweise Tri-Fahren hilft dir in jeder Motorradsportart, beziehungsweise Disziplin. Das stimmt, weil man sagt, wenn du Tri-Fahren kannst, kannst du eigentlich alles fahren. Das ist so ein bisschen wie im Autorennsport, wenn du sagst, hey, pass auf, ein Rallye-Fahrer. Denn Rallye-Fahrer, sogar die Formel 1-Fahrer haben größten Respekt vor den Rallye-Fahrern. Ein Rallye-Fahrer ist so gut, dass er durch seine Disziplin rein theoretisch alles gut, was vier Räder hat, auf der Straße bewegen kann. Und so ist es auch eben beim Tri-Fahren. Weil da die Räder auch mal wegrutschen und weil er das viel besser unter Kontrolle hat, als jemand, der rein auf Asphalt fährt. Und ich finde es auch heftig. Wir fahren in Orshausleben geile Zeiten. Also wir fahren Rennstrecke ziemlich schnell, in der schnellsten Gruppe meistens. Und klar, es gibt viel weiter schnellere, aber es kann sich sehen lassen. Und dann sind wir hier und man merkt eigentlich, wie einem so die Grundkenntnisse schon fehlen, wie man Hindernisse anfährt und wie man richtig eine enge Kurve fährt. Weil eine schnelle Kurve kann jeder fahren, ne? Das ist krass, ja. Aber eine enge Kurve mit dem Bike-Spiegel... Also wirklich, dass der Lenker so ist. Also du kannst den Lenker ja so reinballern. Deswegen probier das mal aus. Wir sind jetzt, ich glaube, eine halbe Stunde ungefähr gefahren von Hamburg aus. Haben wir hier trial-action.de. Ich verlinke das einfach mal. Oh, verstehe das denn. Ich verlinke dich mal, ne? Ja, echt geiler Typ. Also super sympathisch, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht bis jetzt. Guter Lehrer. Guter Lehrer, ja. Und das ist wirklich das Wichtigste. Guter Fahrer. Weil wenn ihr da irgendwie, wenn ihr da irgendwie ein gutdeutsch gesagt, ein Arschloch habt, der gar keinen Bock da drauf hat und auch kein Lächeln und kein Spaß an der Sache mit an den Tag bringt, dann ist das Ganze schon eigentlich für die Katze. Aber Mathe, mega geiler Typ, absolut geil. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da schaut bei Sören, Annika und den ganzen Jungs vorbei. Ich verlinke alle in der Beschreibung. Und an der Stelle würde ich auch sagen, wie immer, genießt die restlichen Tage. Und das Allerwichtigste geht steil. Und das Allerwichtigste geht.